Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video Aufrucke heute mit mir dem Chris und ihr seht es, wir sind heute mal wieder auf CSGO BIG unterwegs, ich war jetzt schon etwas länger nicht mal auf der Seite und hab gegambelt, aber heute wird es mal wieder Zeit für ein paar Coinflips, ähm, ich hab hier in meinem Inventar zwei Waffen, die ich heute vergambeln werde, ich hoffe, dass ich wenigstens ein bisschen Profit mache, ich hoffe nicht, dass ich alles auf einmal verliere gleich, aber das wird wahrscheinlich so sein, äh, wir fangen erstmal an mit einem kleinen Coinflip hier, und wie gesagt, ich hoffe, ich gewinne wenigstens ein bisschen was, wir setzen einfach mal die Cyrix rein und ich hoffe mal, ich werde nicht alles direkt verlieren, und ja, also ich warn euch auf der Seite zu gambeln, es ist echt manchmal ein bisschen hart, also man kann auf einmal alles verlieren und das ist dann echt ein bisschen scheiße, also besser selber nicht nachmachen, sondern einfach nur zugucken, wie ich mein Geld vergabeln will, und ja, seit Deutschland ist es übrigens so auf der Seite, dass man sofort sieht, wer gewonnen hat, sobald ich gepickt wurde, werde ich gleich sehen, ob ich vorlaut oder gewonnen habe, so, sobald ich hier weg bin, oh Gott, oh Gott, hoffentlich gewinnen wir wenigstens den ersten, komm schon, komm schon, komm schon, haha, es ist schon ein bisschen risky, man, oh, wir sind weg, wir sind weg, und, ja, wir haben den ersten gewonnen, Leute, easy peasy, würde ich sagen, so macht man Profit, aber es kann halt auch anders laufen, und man gewinnt, äh, man verliert direkt den ersten, und dann war es das mit dem, mit den Skins, ja, ihr seht es, wir haben eine Water Elemental bekommen, und eine Full Injector, ist gar nicht so schlecht, und ein bisschen Warlet, äh, mit dem Warlet kann man es am neuesten hier auf der Seite, ähm, Skins kaufen, aus dem Shop, und ja, da haben wir gerade ein bisschen Profit gemacht, würde ich sagen, was können wir denn jetzt reinsetzen, das hat, man muss immer halt gucken, weil man zehn Prozent weniger, ähm, reinsetzen muss, das ist so von der Seite aus, und, ja, ich würde sagen, wir setzen einfach nochmal die Cyrix rein, würde ich einfach mal so sagen, nochmal für neun, steht es ja auch, ähm, choose up to 10% plus, or minus, äh, to set Ranger auf neun, ja, wenn man natürlich jetzt, äh, ein bisschen weniger, also wenn man den Ranger auf neun stellt, und, äh, 9,90 Euro reinsetzt, ähm, da hat man eine bessere Chance zu gewinnen, also eine kleine Chance zu gewinnen, und ich hoffe, dass wir jetzt den zweiten Konflip auch noch gewinnen, das wäre schon nice, komm schon, ich hab ein gutes Gefühl, komm schon, pick mich, wer auch immer, jetzt gleich gegen mich spielen wird, oh shit, da, also geht, da geht einem wirklich die Pumpe, muss ich sagen, und wir sind gepickt, und? Fuck my life, fuck my life, alter, holy shit, und da sind die ersten neun Euro weg, so schnell kann's gehen, ich bin echt am überlegen, ob ich alles auf einmal reinsetzen soll, aber das ist schon, das ist schon echt risky, aber wenn ich jetzt, okay, ich mach jetzt all in, wenn ich den tatsächlich gewinne, dann haben wir hier locker Profit gemacht, wenn ich den verliere, bin ich halt broke, aber scheiß drauf, 15er Konflip, komm schon, der letzte Konflip vielleicht, also es ist auf jeden Fall der letzte, auch wenn ich gewinne, komm schon, oh shit, es ist schon ein bisschen risky, und wir sind gepickt, und? Oh shit, man. Ja, Leute, lasst es lieber mit gambeln, ihr seht es, so verliert man 20 Euro, die ich eben noch hatte, ja, ist ein scheiß Gefühl, lasst es lieber, und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, und bis dann, ciao Leute.